Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf AllesAlex. Ja, ich stehe hier am Bahnhof, aber nichts Bahn in Sicht. Der Bus war mega pünktlich, aber ich lasse halt die Bahn aus. Heute gibt es sogar eine Gleichstörung, Weichenstörung. Keine Ahnung, wir durften dann zu Fnosen aussteigen. Ich habe aber schon Bescheid gesagt, dass ich später kommen werde. Heute bin ich sogar in den ersten Anschlusszug gekommen. Es war zwar voll, aber immerhin. Jetzt muss ich auf den Anschlusszug und dann geht's arbeiten. Es ist geschafft. Regio kam pünktlich. Immerhin etwas heute geklappt. Wobei der Bus hat ja auch geklappt. Jetzt will man ja nur die S-Bahn. Ich bin einstmittagspausen Alex und ich gehe zum Bäcker und hole mir Backwaren. Weil ich noch was von letzter Woche im Rucksack habe. Also jetzt nichts, was irgendwie schlecht werden könnte. Aber ihr werdet es ja dann gleich sehen. Morgen. Man sieht es vielleicht etwas. Ich bin etwas fertig mal wieder. Ja, mich hat es wieder erwischt. Richtig geil, Alter. Ich gehe morgen so los. Denkst du, mir geht es nicht so gut. Aber wird sich bestimmt bessern. Aber es wurde dann leider schlimmer. Na ja, Gott sei Dank habe ich jetzt morgen frei. Ich habe aber auch einen wichtigen Termin, den ich wahrnehmen muss. Und deswegen jetzt erstmal Ausruhe. Ich beende den Vlog. Der wird nicht lang sein. Maul! Ich binpusatisch. Ich bin zuschrop. Ich bin zuschrop. Mein Benutzer. Ich bin zuschrop. Ich bin zuschrop. Ich bin zuschrop. Untertitelung. Zwei-Ber sociais. Ich bin zuschrop. Ich bin zuschrop. Und hier bin zuschrop. Bis zum nächsten Mal.